Hallo liebe Studentin, hallo lieber Student. Wir sind im Kurs A1 und wiederholen, üben bzw. wiederholen in diesem Zusammenhang das Perfekt. Wie wir im Deutschen das Perfekt bilden, können Sie nachsehen, nachlesen auf unseren Videos zu Kapitel 9. Dort behandeln wir das Perfekt. Achten Sie bitte beim Perfekt auf die Bildung mit Sein oder Haben. Sein ist die Ausnahme, Haben ist die Regel. So und nun zur Übung. Nummer eins, die Katze klettert auf den Baum. Nummer zwei, sie sitzt auf einem Ast. Nummer drei, sie hat Angst und Miaut. Nummer vier, sie bewegt sich vorsichtig von Ast zu Ast. Nummer fünf, eine ihr bekannte Stimme lockt sie zum Fressen. Und Nummer sechs, schließlich springt sie vom Baum herunter. Ich sage Ihnen Tschüss, bis zur nächsten Übung. Nummer vier, sie ist die, seine Kuss. Nummer vier, sie sind die, eine Frau. Aber sie ist die, seine Kuss. So und nicht mehr. Nummer vier, sie hat sie dasselbe, die Kuss.